Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Unreal Engine. Heute wollen wir uns mit Camera Rigs beschäftigen und mit Tracking. Tracking ist eine saukoole Sache, genauso wie Camera Rigs. Falls ihr so richtig professionelle, keine Ahnung, Filmfahrten machen wollt oder sowas, dann seid ihr hier genau richtig. So, dafür ziehen wir uns hier erstmal diesen, also wir werden mit dem Rig Rail arbeiten, äh, Rig Rail arbeiten. Der Crane funktioniert ähnlich. Ähm, dazu ziehen wir uns nämlich natürlich erstmal hier so ein Rig Rail rein. Und ja, das erste, was wir jetzt machen oder was wir jetzt sehen ist, wir haben hier so ein komisches Ding, aber da ist keine Kamera drauf. Warum brauchen wir dann das Ding? Ja, ähm, das ist sozusagen die Führungseisen-Dingster-Boomster für die Kamera. Und mit dem können wir jetzt arbeiten. Und wenn wir uns jetzt hier mal an der Seite das angucken, dann ist das Allerwichtigste hier diese Rail Controls. Die Rail Controls geben an, wo sich gerade dieses kleine Dings hier befindet, an dem später die Kamera festgemacht wird. Das heißt, wenn ich das bei 0 habe, ist es ganz am Anfang, am Ende ist es bei 1,0. Es ist immer ein Wert zwischen 0 und 1 und den werden wir nachher auch benutzen. Jetzt ist es natürlich ziemlich langweilig, sage ich jetzt mal, wenn man hier nur dieses kleine kurze Stück hat. Ähm, deswegen Achtung, ganz wichtig, hier hinten den weißen Bobbel auswählen und nicht vorne drauf. Und dann könnt ihr, wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet, hier einfach dieses Rig vergrößern. Das heißt, ihr könnt hier sozusagen einfach Sachen rausziehen und das Rig so bauen, wie es euch sozusagen passt. Und hier könnt ihr natürlich auch noch die weißen Bobbels verschieben oder sowas, so wie ihr das eben gerade braucht. Also, man kann hier wirklich sehr, sehr aufwendige Sachen machen. Man kann auch irgendwie dieses Rig noch drehen, irgendwelche Schrauben machen oder sowas. Keine Ahnung, aber ja, das Wichtigste ist jetzt natürlich hier, wir können von 0 bis 1 gehen. Und jetzt ist eben diese 1 hier hinten irgendwo. Das heißt, wenn wir 0,5 haben, sind wir hier halt halb durch und bei 1 sind wir ganz durch und bei 0 sind wir eben ganz am Anfang. Und das ist jetzt genau das, was wir für unsere Szene brauchen. So, jetzt ist da aber noch keine Kamera drauf. Deswegen brauchen wir natürlich eine Sign-Actor-Camera. Die ziehe ich jetzt mal hier ein wenig nach oben. Verschiebe sich hier. Die könnt ihr übrigens überall hin machen. Die folgt einfach diesem Kran, egal wie weit sie davon entfernt ist. Die ist einfach starr auf diesem Kran drauf. Das heißt, die muss nicht exakt da drauf sein, wenn euch die Position nicht so wichtig ist. Aber was sie sein muss, sie muss attached sein auf diesem Kran. Deswegen nehmen wir jetzt hier im World Outliner, ziehen wir die Kamera hier drauf und dann sehen wir, okay, sie gehört jetzt zu unserem Rig. So, und das Rig hat jetzt auch hier dieses kleine Feld hier, damit man das verfolgen kann. So, und jetzt habt ihr hier unten euren Sequencer offen. Übrigens bin ich gerade in unserem Sequence Master. Das ist der, den wir über den Master Sequencer hier, Add Master Sequence erstellt haben vor ein paar Videos und macht das darüber. Ist aber völlig egal, ich will einfach nur nicht, dass die Sachen kaputt gehen oder sowas und macht deswegen hier was Extras. Okay, was wir jetzt hier machen ist natürlich, wir brauchen als allererstes, und jetzt müssen wir das Ganze mal von Hand machen, einen Camera Cut Track. Das ist das, wo die ganzen Kameras drinnen liegen. So, nächster Schritt ist, wir brauchen eine Kamera und dazu gehen wir hierher und fügen die Sign Camera Actor hinzu und sagen, wir brauchen einen, ja, hier. Hier erstmal, also mit S könnt ihr diesen Key, äh, dieses, dieses, äh, diesen Keyframe einfügen. Das ist genau das, was wir jetzt hier haben wollen. So, und jetzt gehen wir hier rüber in die Settings und können Look at Tracking aufklappen. Das ist wahrscheinlich bei euch noch zu. Hier können wir das Look at Tracking, äh, anmachen. Das ist Enable Look at Tracking und das ist genau das, was wir hier wollen. Wir wollen die ganze Zeit auf Twin Blast drauf gucken. Das heißt, wir machen hier Enable Look at Tracking und, naja, wen wollen wir denn tracken? Das ist ganz einfach, wir wählen hier Twin Blast aus. Das heißt, wir sagen, Twin Blast soll ausgewählt werden. Egal, wo er gerade ist, wir wollen ihn anvisiert haben. So, ähm, Problem ist jetzt natürlich, dass wir nicht sein Gesicht anvisieren, sondern, dass wir seinen Fuß anvisieren, irgendwie. Ähm, und deswegen geben wir hier ein Relative Offset von, äh, Z müsste es sein, glaube ich, 45 Grad an. Nein, wir geben 90 Grad an. Immer noch nicht genug, okay. Äh, wir geben 120 Grad an. Ah, das ist es. So, und, äh, ja, jetzt können wir hier natürlich auch hergehen, können der Kamera wieder mal ihren, äh, Quatsch. Nein, ähm, dafür könnt ihr übrigens auch Keyframes erstellen. Das mache ich jetzt hier gerade mal, äh, damit wir wissen, wen wir anfokussieren sollen. Und, ja, jetzt gehen wir hier eben noch auf die Focus Settings, denn wir wollen ihn ja natürlich auch wirklich anfokussiert haben. Machen hier auch ein Keyframe rein. So, jetzt ist das ganze Ding schon relativ voll. Das heißt, wir haben hier ein Transform Keyframe, Actor Look At Tracking Keyframe und Fokus, manuelles Fokus Dingens Keyframe. So, jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwie dieses Rig hier drin. Und dazu gehen wir hier nochmal auf Plus Kamera, ähm, und, ja, wobei, nee, brauche, oder doch. Wir gehen einfach hier nochmal auf New Binding, Rig Rail einfügen. Und jetzt können wir das Rig Rail hier auswählen. Okay, können hier ein Keyframe erstellen für dieses Rig Rail hier, Current Position Add. Und dann gehen wir hier auf die letzte Sequenz. Äh, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo sind wir dann? Ich will fertig sein, bevor er losgeht. Das heißt, ich mache hier, gehe ich auf 1 und da bin ich jetzt fertig sozusagen. Und mache hier wieder ein Keyframe. Das heißt, wir tracken sozusagen die Current Position on Rail. Machen hier ein Keyframe rein. Okay, so, und jetzt zoome ich hier mal ein bisschen ran. Und wir lassen das einfach mal von Anfang an laufen. Okay, das heißt, wir fangen sozusagen an, bam, okay, das war viel zu schnell. Aber wir tracken ihn die ganze Zeit weiter. Also, ihr seht, was gerade passiert ist. Wir haben das Rig, also wir sind mit der Kamera, erstens mal sind wir immer mit unserem Fokus von der Kamera auf ihm drauf. Wenn wir das auf der Kamera so eingestellt haben, dass sie diesen Spieler tracken soll. Das war das eine, was ich euch zeigen wollte. Und das zweite sind eben diese Rigs. Also, ich meine, im Endeffekt braucht man, wenn man Rigs verwendet, immer Tracking. Ähm, oder zumindest fast immer, außer man hat ein sehr simples Rig. Wobei man simple Rigs eigentlich auch durch Transformationen und Keyframes erreichen kann. Deswegen braucht man eigentlich keine simplen Rigs. Also braucht man mit Camera Rigs, ich zumindest, eigentlich immer Tracking. So, ähm, das bedeutet, wir haben hier eben dieses, dieses Current Position on Rail. Und wir haben das Tracking von der Kamera. Das heißt, wir sagen der Kamera, schau immer auf Twin Blast. Und diesem Ding sagen wir, fahr da dran entlang und sei fertig bei Frame 86. Ja, und hier sehen wir, bam, wir fangen von hinten an und wir hören am Anfang auf. Jetzt, was mich persönlich noch stört, ist, dass es hier relativ schnell fährt. Deswegen machen wir jetzt folgendes. Wir stellen dieses, ähm, die Interpolation auf Linear und hier auch auf Linear. Und dann schauen wir nochmal. Ja, jetzt finde ich das eigentlich ganz cool, was hier passiert. Und das ist eigentlich auch wirklich schon alles, was ich euch für dieses Mal zeigen wollte. Das sind so ein paar Feinheiten, die man vielleicht noch benutzen kann, wenn man irgendwie ganz große Intros hat oder sowas. Also richtig coole Sachen oder sowas oder vielleicht auch wirklich Filme macht. Ähm, oder Minifilmchen. Und ja, das war eigentlich alles, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.